Peter. Was? Ich bin der Peter. Tom. So eine Sauernheit. Genau wie bei mir. Hoppe, hoppe und sage. Lass mal. Genau wie bei mir. Meine Herren, heute ist damals mit den Inhabern des Lieblings-Italieners abgehandelt. Ich sag's ja, die Italiener. Oh, hey. Bei mir war's ein gutes. Das ist hart. Meine Heike ist ganz offensichtlich mit einem echten Italiener durchgebracht. Das ist hart. Da siehst du keine Stimme mehr. Das kannst du laut sagen. Und dann diese selbige die Sie vielleicht lieber eine Kaffee, eine Kappuccine oder eine Latte. Vielleicht eine kleine Latte. Und dann diese sie singen. Oh, sore mio S'affronti a te Oh, sore mio S'affronti a te Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. S'affronti, ti amo, ti amo. Sei speakship als Amore, si potrebbero cantare un milione, pa 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 pa, senza una donna. E chi sei adesso tu? Volare, cantare, lerno di petalino, felice chi stare là su. Amore, cantare, cantare, cantare.